Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und heute wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um ein PvP Achievement und zwar findet ihr das unter Welt und dann ganz unten hier das hier, Mord und Brandschatz. Und dafür müssen wir 25 Kisten in Nassiatar öffnen und zwar mit dem Attentäter-Buff. Und zwar um welche Kisten handelt es sich? Es handelt sich um die Kisten mit Kriegsvorräten. Da fliegt gerade meine letzte entlang und zwar können die einmal so fliegen und einmal so fliegen und erscheinen alle 45 Minuten, wenn ihr hier seid und den Wommut anhabt. Heißt, meine ist jetzt gerade hier so runtergeflogen. Ich muss jetzt in den Himmel schauen und gucken, ob ich irgendwo quasi die Kiste fliegen sehe. Okay und da seht ihr sie fliegen. Also ihr seht an sich das Flugzeug auch schon fliegen. Bloß habe ich jetzt die Aufnahme nicht rechtzeitig angemacht, dass wir das Flugzeug auch noch gesehen haben. Aber wir sehen, die Kiste kommt hier runter und wir haben jetzt quasi ein paar Sekunden Zeit an die Stelle zu kommen, um dementsprechend uns dann diese Kiste zu holen. Wichtig ist vielleicht, dass man sich so ein bisschen im Auge behält, wo die Kiste genau runterkommt, beziehungsweise wo die Spots sind. Die werde ich euch jetzt gleich nochmal zeigen. Wir fliegen jetzt einmal mit dem Goblin-Gleiter da nach unten. Mittlerweile kenne ich ein paar Spots. Wir werden die nachher auch mal ein bisschen ablaufen, dass ich euch da eins wo zeigen kann. Was ist jetzt dieser Attentäter-Buff? Und zwar, ihr müsst für diesen insgesamt 10 Spieler der gegnerischen Fraktion töten. Und sobald ihr 10 Spieler getötet habt, bekommt ihr dann einen Attentäter-Buff. Sobald ihr sterbt, ist der weg. Heißt, ihr müsst 10 Spieler töten, ohne dass ihr sterbt. Wenn ihr eine Weile den Attentäter-Buff habt, dann bekommt ihr manchmal dieses Bounty, also dieses Kopfgeld. Und dann sehen euch die gegnerischen Spieler. Das ist natürlich eher schlecht. Wie habe ich jetzt die Taktik gefahren, um quasi möglichst hier unbeschadet durchzukommen? Ich habe die 10 Buffs auf einem Server geholt, wo man gut PvP spielen kann, meistens in der Schlacht. Und mich dann auf einen Server laden lassen, wo kaum PvP stattfindet. Hier jetzt zum Beispiel die Aldor, da sind so gut wie keine Hordler. Da kannst du die ganze Zeit rumlaufen, auch mit einem Bounty-Buff. Und es ist eigentlich gar kein Stress, weil dich einfach schlichtweg keiner angreift. Gut, jetzt habe ich gerade meine letzte Kiste gelootet. Wir waren jetzt quasi einmal hier auf den Koordinaten. Die zweite Kiste, die quasi kommen kann, ist hier oben irgendwo. Ich glaube hier. Also wenn, dann spawnt sie hier oben oder hier, wenn sie so grob runterkommt. Und wenn die Kiste so rüberkommt, dann gibt es verschiedene Spots. Und zwar einmal etwa hier und einmal etwa hier kann sie quasi dann spawnen. Wenn die Kiste quasi schräg runterkommt, dann gibt es auch nochmal einen Spot, der ein bisschen weiter vorne ist. Und zwar hier vorne. Also manchmal fliegt sie ein paar Meter weiter vorne oder ein bisschen weiter hinten hin. Das ist unterschiedlich, aber im Groben sind es immer eigentlich ein Spot in der Mitte und ein Spot quasi am Rand, den man ansteuern muss. Einfach ein bisschen in die Luft schauen, dann findet man das schon. Das Wichtigste ist hier wirklich, dass ihr den Buff drauf habt. Allianz-Attentäter, sonst bringt das keinen Fortschritt für das Achievement. Und ich würde euch echt raten, das nicht auf einem Server zu machen, wo jetzt Horde Allianz ausgeglichen ist. Weil ihr werdet dann ständig angegriffen. Und sobald ihr die Zone hier verlasst, also nach Boralos geht, ist der Allianz-Attentäter-Buff wieder weg. Also dahingehend müsst ihr ein bisschen schauen. Ihr müsst quasi hier bleiben. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, in der Schlacht geholt den Allianz-Attentäter, habe mich dann auf die Aldo einladen lassen. Und bin seitdem quasi durchgehend in Asiatta on geblieben. Wenn ihr auslockt, ist der auch weg. Also dementsprechend sind da einige Faktoren dran gebunden. Da müsst ihr ein bisschen schauen, dass ihr nicht auslockt, nicht nach Boralos geht. Dann könnt ihr ihn behalten. Oder ihr farmt euch für jede Kiste den neu. Aber wie gesagt, alle 45 Minuten spawnt der Drop quasi. Und dementsprechend fand ich es angenehmer, mir einmal den Attentäter-Buff zu holen. Und dann halt hier zu campen und zwischendrin was anderes zu machen. Video zu gucken, beziehungsweise auf den zweiten Account was zu basteln. Und hier in der Base campen, weil da wird meistens zumindest, kommt ja die gegnerische Fraktion nicht rein. Selbst wenn ihr hier das Bounty bekommt. Genau. Das war es mit dem kleinen Chief-Mate-Guard. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.